Hallo an alle 1000 PS Fans, ich bin hier bei der EICMA 2015. MV Augusta Home Advantage, natürlich. Alle Modellen sehen toll, aber es gibt eine sehr neue Modelle, die neue Brutale 800. Nach mir steht Michael Burkhardt, Landführer für Deutschland und Austria. Michael, erzähl uns mehr über die neue Brutale 800. Ja, Fawli. Erstens, wir haben ein neues Logo gegeben. Es ist etwas modifiziert, als es mit dem vorherigen. Aber die neue Brutale ist der erste MV Augusta, die dieses modernisierte Logo hat. Aber das ist nur ein ästhetisches Detail. Die Brutale ist komplett neu. Es ist nicht ein Facelift oder eine kleine Modifikation des Existenzes. Es hat ein neues Chassis, ein neues Engine, neue Komponenten. Es ist wirklich ein absolut neues Modell von Top bis Bottom. Die größte Novelte sind der Design. Der Design, der aus dem Turismo Veloce ist, in der Rückendung. Sie sehen, dass die gleiche ästhetische Komponenten ist. Die Brutale ist von dem Turismo Veloce. Diesmal mit 116hp. Also ein bisschen höher, als im Turismo Veloce. Aber 9hp von der vorherigen Version. Das ist auch mit der Euro 4-Homologation. Das ist auch mit der neuen Produkt-Philosophie der MV. Das betrifft, dass die Fahrzeuge, die leichter fahren können, sind mehr akzeptabel für den normalen Motorbike-Rider. Sie werden nicht mehr so extrem sein. Es wird nicht nur die größte Fahrzeuge produzieren. Aber es muss auch einfach sein, um zu fahren. Es ist ein starkes Verwendung von LED-Funkern. Auf der Rückendung, auf den Indikator und die Fronten. Die Fahrzeuge und die Räume. Ein Quickshifter, auf und auf. Das vorherige Modell nur auf. Das hier, auf und auf. Und ein Slippery-Klutch. Great. Wie du bereits gesagt hast, Euro 4. Wie wir wissen, viele Produkte machen nicht gut aus dem Ausbau. Aber M4 Augusta haben sie gut gemacht. Denn diese drei Pipen sind noch auf dem M4 Augusta Pro DALA 800. Es sieht gut aus. Aber das ist nicht der einzige neue Modell. Sie arbeiten zusammen mit Lewis Hamilton. Sag uns etwas über das. Correct. Es ist der Jackstar R Lewis Hamilton Limited Edition. 244. Sie werden weltweit produziert und verkauft. Die ersten 144 dieses Jahr. Eine andere 100 im nächsten Jahr. Die Fahrzeuge hat zusammen mit Lewis. Nach dem Silverstone Grand Prix. Er ist ein sehr enthousiastischer Fahrer. Wir haben ihm ein Dragstar R, um es zu versuchen. Er mag die Fahrzeuge sehr. Und er war bereit und bereit, zu co-designen mit uns die spezielle Edition. Die hat über 50 neue Details in Karbon, Fiber und Ergal. In Deutschland haben wir über 40 Units mit dem Jahr und dem nächsten Jahr. Der erste Batch wird bereits verwendet. Also ich bin sicher, dass es ein sehr uniker Collector's Item ist. Also für die Lewis Hamilton Edition muss man sehr schnell sein. Aber für die normale Brutale 800. Jeder kann es kaufen. Wie viel kostet das? Ja, es wird aus Januar in Deutschland. In Deutschland und in Austria. Der deutsche Betrag wird 12.590 Euro. Und in Austria wird 14.115 Euro. durch die Novatex. Das ist nicht zu viel für diese wirklich großartige Barsche. Jetzt fragen wir uns unsere Modellerin. Was ist dein Name? Stefanie. Stefanie. Du magst das Barsche? Sehr viel. Du kriegst es? Ja. Du hast keine License, oder? Nein. Du musst die License machen. Danke für diese schöne Antwort. Michael, danke für diese Interview. Danke, Pauli. Danke für dich.